Diabetes mellitus ist ein Sammelbegriff für verschiedene Erkrankungen des Stoffwechsels, die zu erhöhten Blutzuckerwerten führen. Aus diesem Grund wird Diabetes umgangssprachlich auch als Zuckerkrankheit bezeichnet. Und die beiden wichtigsten Formen sind der Typ 1 und der Typ 2 Diabetes mellitus. Der Typ 2 Diabetes entwickelt sich meistens schleichend im Laufe des Lebens. Die Körperzellen werden dabei unempfindlicher gegenüber dem in der Bauchspeicheldrüse hergestellten Blutzuckersenkenden Hormon Insulin. Und das bedeutet dann, dass die Zellen Zucker aus dem Blut eben nicht mehr so gut aufnehmen können. Die Bauchspeicheldrüse versucht das dann auszugleichen, indem sie einfach vermehrt Insulin produziert. Und irgendwann schafft sie das nicht mehr und der Blutzuckerspiegel steigt. Bleibt er dann längerfristig erhöht, kann das im Körper verschiedene Schäden hervorrufen, etwa an den Nieren, den Blutgefäßen, den Augen oder den Nerven. Übrigens, 90 bis 95 Prozent aller Diabetes-Patientinnen und Patienten leiden eben an diesem Typ 2 Diabetes. Ja, das ist möglich. Schätzungen zufolge wissen in Deutschland etwa 2 Millionen Menschen nicht, dass sie bereits an einem Typ 2 Diabetes leiden, denn die Erkrankung entwickelt sich häufig leider unbemerkt. Das liegt vor allem daran, dass ein hoher Blutzuckerspiegel erst einmal nur wenige oder gar keine Symptome hervorruft. Typ 2 Diabetes wird daher leider oft erst erkannt, wenn es durch die hohen Blutzuckerwerte bereits zu Schäden etwa an den Blutgefäßen oder einer schweren Folgeerkrankung gekommen ist, wie zum Beispiel einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall. Der Grund, warum ein Typ 2 Diabetes häufig erst spät oder nur zufällig entdeckt wird, ist, dass diese Erkrankung anfangs meistens kaum oder gar keine Beschwerden verursacht. Wenn Symptome dann auftreten, sind sie eher dezent und lassen einen erstmal nicht direkt an eine ernstzunehmende Krankheit denken. Dazu gehört zum Beispiel ein erhöhter Harndrang. Wenn der Blutzuckerspiegel dauerhaft zu hoch ist, versucht der Körper nämlich den überschüssigen Zucker mit dem Urin auszuscheiden. Der daraus resultierende vermehrte Harndrang führt wiederum dazu, dass die Patientinnen und Patienten dann deutlich mehr Durst haben und natürlich auch entsprechend mehr trinken. Weitere mögliche Hinweise sind zum Beispiel dann trockene und juckende Haut, häufige Infekte oder auch Pilzinfektionen. Das liegt daran, dass Diabetes das Immunsystem bzw. Abwehrsystem schwächt und Menschen damit anfälliger für Infektionskrankheiten sind. Du siehst also, die Beschwerden sind wirklich sehr unspezifisch und wer denkt bei trockener Haut, starken Durst oder häufigeren Infekten schon direkt an eine Zuckerkrankheit. Bei der Gesundheitsuntersuchung, die ab 35 Jahren alle drei Jahre auf Kosten der gesetzlichen Krankenkasse möglich ist, wird daher eben auch der Blutzucker untersucht. So ist es möglich, einen Diabetes anhand der erhöhten Werte zu bemerken. Grundsätzlich gilt, die Therapie muss individuell auf den einzelnen Patienten oder die Patientin angepasst werden. Meistens erfolgt dann ein Mix aus verschiedenen Maßnahmen, die vom Arzt oder der Ärztin individuell abgestimmt werden. Im Zentrum steht dabei in der Regel die Veränderung der alltäglichen Verhaltensweisen. Denn die Erkrankung ist über eine geeignete Ernährung, Bewegung und den Abbau von Übergewicht wirklich gut beeinflussbar. Entsprechende Lebensstilveränderungen können dazu beitragen, dass sich die Insulinwirkung dann wieder verbessert. Besonders wenn der Diabetes noch in einem frühen Stadium ist, können solche Maßnahmen oft schon ausreichen, um ihn in den Griff zu bekommen. Können die angestrebten Blutzuckerzielwerte durch eine Lebensstilveränderung alleine nicht erreicht werden, dann können zusätzlich blutzuckersenkende Medikamente notwendig werden. Und dabei handelt es sich dann meistens um Tabletten. Sollten die Blutzuckerwerte auch damit nicht in zufriedenstellende Bereiche gelangen, dann kann unter Umständen auch eine Behandlung mit dem Blutzuckersenkenden Hormon Insulin in Form von Spritzen erforderlich sein. Wenn du Gewicht verlieren und deine Blutzuckerwerte in den Griff bekommen möchtest, solltest du auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung setzen. Dein Arzt und deine Ärztin oder Diabetesberater bzw. Beraterin können dir dazu viele wertvolle Tipps geben. Und auch eine entsprechende Schulung kann die notwendigen Informationen vermitteln. Es lohnt sich also auf jeden Fall, sich intensiv in das Thema Ernährung einzuarbeiten. Fangen wir mal an der Stelle mit ganz einfachen prinzipiellen Hinweisen an. Wer Übergewicht hat, der stimmt sich am besten mit seinem Arzt oder seiner Ärztin ab, ob und vor allem, wie er dieses Problem angehen sollte. Gemüse ohne Stärke ist jetzt ganz besonders gut für dich. Da also, ja, wirklich gerne zugreifen. Kohlenhydrate solltest du über ballaststoffreiche Lebensmittel zu dir nehmen. Bei Nudeln, Reis und Brotwaren greifst du am besten zu Vollkornprodukten. Die lassen nämlich den Blutzuckerspiegel langsam und nicht so stark ansteigen. Kurzkettige Kohlenhydrate dagegen wie Kristallzucker oder Fruchtzucker führen zu einem schnellen und starken Blutzuckeranstieg. Weißmehlprodukte, Süßigkeiten und Zucker- oder fruchtzuckergesüßte Getränke bergen etwa dieses Risiko in sich. Sie solltest du daher nur sparsam genießen und am besten sogar komplett darauf verzichten. Übrigens, die ungünstigen Kohlenhydrate verstecken sich häufig auch in stark verarbeiteten Produkten wie Soßen, Dressings oder Müslimischungen. Also davon besser wirklich die Finger lassen und diese Sachen aus frischen Zutaten selbst anrühren. Ohne Zuckerzusatz versteht sich. Generell ist es empfehlenswert, zu möglichst wenig verarbeiteten Lebensmitteln zu greifen. Bei Fleisch und Alkohol gilt im Prinzip dasselbe wie für alle Menschen. Bitte nur in Maßen konsumieren. Studien haben gezeigt, dass eine Lebensstiländerung und Ernährungsumstellung nicht nur zu einer Gewichtsreduktion führen kann, sondern eben auch dazu, dass der Typ 2 Diabetes so gut wie verschwindet. Ich sage an dieser Stelle bewusst so gut wie, denn ob der Begriff der Heilung in diesem Fall verwendet werden sollte, daran scheiden sich noch die Geister. Viele Ärztinnen und Ärzte verwenden deshalb auch lieber den Begriff der Remission, wenn sie denn zum Ausdruck bringen wollen, dass eine Krankheit aufgrund einer erfolgreichen Therapie zwar im Moment nicht da ist, aber jederzeit wiederkommen könnte.